Rücktrittsrede? Müller, das war ein bisschen egoistisch. Thomas Müller ist im Nationalteam von Trainer Julian Nagelsmann erneut heiß begehrt. Belegt dafür ist die Anwesenheit von Veteranen bei der Pressekonferenz vor dem Testspiel des DFB-Teams gegen Mexiko. Der FC Bayern-Profi erläuterte außerdem sein viel beachtetes Interview nach der WM-Niederlage in Katar. Ein rührendes Dankeschön an die Fans, wenn dies mein letztes Spiel für die deutschen Nationalmannschaft ist, möchte ich ein paar Worte an alle deutschen Fußball-Fans richten, die mich über die Jahre hinweg unterstützt haben, sagte Müller Anfang Dezember 2022 vor rotierenden Fernsehkameras seine Dankbarkeit. Auch ohne eine entsprechende klare Aussage interpretierten die meisten Beobachter die Worte als Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Es kam von der Leber. Trainer Müller sagte in Philadelphia, wir waren uns der Situation und des Mechanismus bewusst. Heute beschäftigt sich Müller mit der emotionalen Wirkung von Schlägen im Sport. Wenn die Ergebnisse schlecht wären, müssten die Spieler, die schon lange im Team waren und im Rampenlicht standen, uns die Kapitäne nehmen. Verantwortung. Ich konnte nicht vorhersagen, Was die Zukunft bringen würde. Also sagte ich, wenn das mein letztes Länderspiel wäre, wollte ich die Gelegenheit nutzen, mich mit meinen letzten Worten zu verabschieden. Man könnte sagen, Es war ein wenig egoistisch, aber das macht nichts. Es ist meine Leber, sagte der 34-Jährige. Bitte verlassen Sie die Nationalmannschaft nicht. Tatsächlich blieb Müller unter Träne Hansi Flick mehrere Monate lang krisenfrei und wurde erst im September erneut in die Nationalmannschaft berufen. Der FC Bayern Routinier hat deutlich gemacht, dass er voraussichtlich nicht offiziell zurücktreten wird. Solange ich Profi bin und jeden Tag für meinen Verein auf dem Platz stehe, kann ich auch Teil der Nationalmannschaft sein. Denn ich glaube nicht, dass ich die Nationalmannschaft verlassen kann. Müller schon eher bestritt 124 Länderspiele und schoss 45 Tore. Damit liegt er in der DFB-Geschichte auf Platz 4 bei Einsätzen und auf Platz 7 bei erzielten Toren.